Wir sind heute zu Gast im kleinen Wüstenörtchen AUS. Was muss ein Gast unbedingt eigentlich machen, wenn er hierher kommt? Die Wüster-Trail, das fängt direkt hier vom Deserthaus Inn an. Tiere, Strauße kann man sehen, Oryx, Springbocker, Kolmanskop, die Geisterstadt und Lüderitz. Haus ist eigentlich gepartet in Gold, Gelb. Für mich die schönste Blumen, alle sind schön.